Leonardo Bonucci wechselt zu Union Berlin, zumindest kann man davon Stand jetzt ausgehen, falls es nicht wie bei Isco endet, aber es ist auf jeden Fall so, dass er auf dem Weg nach Berlin ist, um dort den Medizincheck zu machen und das wäre ein absoluter Krachertransfer für die Bundesliga, ein absoluter Star, der in die Liga wechseln würde, auch wenn er natürlich nicht mehr auf dem Niveau ist, aber rein vom Namen und dann zu einem Verein wie Union Berlin und ich möchte das Ganze hier aber auch nochmal sportlich analysieren, nicht nur sagen, ja jetzt haben wir einen Star in der Liga, der sitzt halt mal ein bisschen auf der Bank, spielt mal ein bisschen, nein ich möchte auch schauen, ob das Ganze überhaupt passt zu Union und ob er ihnen auch sportlich weiterhelfen kann. Zunächst einmal kann man sagen, dass er wohl Bock auf das Ganze hat, denn er ist bei Juve aktuell außen vor, Trainer Allegri plant nicht mehr mit ihm, er war auch nicht mehr im Kader in den ersten Saisonspielen, dementsprechend will man ihn loswerden, was ein bisschen schade ist für so eine Vereinslegende, aber das ist ein anderes Thema. Er hatte wohl Angebote unter anderem von Genua, aber auch von Lazio Rom, wo er auch in seiner Heimat Italien hätte Champions League spielen können, aber wie es aussieht geht er zur Union, das zeigt auf jeden Fall, dass er Bock darauf hat. Zudem wird er da auch wohl auf Gehalt verzichten, wird aber dennoch denke ich mal einer der absoluten Topverdiener sein und ja nicht schlecht verdienen. Bevor wir zum wirklich sportlichen und spielerischen Fit kommen, muss man zudem auch noch erwähnen, dass er halt einiges an Champions League Erfahrung mitbringt. Ich meine der Mann stand zweimal im CL Finale, hat eigentlich fast jedes Jahr einige Champions League Spiele gemacht. Dementsprechend, selbst wenn er nicht zum Einsatz kommt, denke ich, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für die Mannschaft auch neben dem Platz ist und er da mit seiner Erfahrung definitiv weiterhelfen kann. Ist zudem auch amtierender Europameister, hat im Europameisterschaftsfinale getroffen. Also das ist einfach einer, der hat wirklich fast alles erlebt in der Fußballwelt und das hilft dem Team einfach enorm weiter, selbst wenn er nicht spielen sollte. Aber ich glaube, dass er auch wirklich sportlich helfen kann, wenn auch nicht in jedem Spiel. Schauen wir uns mal die Daten von ihm an, so ist er natürlich schon 36 Jahre alt, ist dementsprechend natürlich nicht mehr in seiner Prime, dann wäre er natürlich auch kein Kandidat für Union und dann würde Juve ihn auch nicht loswerden wollen. Aber er hat definitiv immer noch Qualitäten, die auch Union zugutekommen könnten. In der generellen Auffassung gilt Bonucci ja als recht langsamer Spieler, auch aufgrund von FIFA wahrscheinlich, wo er recht langsam war als und tatsächlich war er in seiner Prime ein recht schneller Spieler. Aber mittlerweile hat er es dennoch nachgelassen und jetzt ist er wirklich nicht mehr der schnellste mit einem Top Speed von 31,1 kmh in der letzten Serie A Saison. Aber wie ich finde, ist das überhaupt kein Problem, denn er passt somit eigentlich recht gut in den Spielstil von Union unter Urs Fischer. Die stehen ja generell recht tief und dementsprechend gibt es wenig Raum hinter seinem Rücken, den er verteidigen muss. Und so kommt er eigentlich recht selten in wirklich krasse Laufduelle gegen schnelle Spieler, denke ich mal. Und so kann man das eigentlich recht gut verbergen und da kann er sich auf seine eigentlichen Stärken konzentrieren gegen den Ball. Gute Zweikampfquote, starkes Kopfballspiel und da wird er auf jeden Fall helfen. Zudem ist er halt im Ballbesitz auch nochmal eine enorme Verstärkung. Er war in seiner Prime ein extrem spielstarker Innenverteidiger. Ist das auch immer noch, würde ich sagen, das verlernt man ja eigentlich nicht. Statistisch gesehen war er das letzte Saison nicht unbedingt, aber ich glaube, das hängt vor allem mit dem Anti-Fußball von Allegri zusammen. Klar, bei Union ist es jetzt nicht unbedingt besser, aber ich glaube, das passt trotzdem rein. Ich fand auch, Union hat sich jetzt in den ersten Spielen schon spielerisch besser gezeigt, gerade mit einem Aronson. Und wenn man da von der Innenverteidigung raus nochmal ein bisschen was Stärkeres will, auch im flachen Passspiel, dann kann Bonucci auf jeden Fall helfen. Und andererseits, wenn man tiefer in seine Passstatistiken reingeht, so ist er tatsächlich im Kurzpassspiel recht schwach. Aber vor allem, was lange Bälle angeht, echt einer der besten Innenverteidiger auch noch letzte Saison gewesen. Und das passt ja gut zu Union, spielen viele lange Bälle, sei es halt eben, um die Stürmer zu schicken oder halt eben hohe Bälle, die man mit einem Zielspieler wie Behrens festmachen will. Und da passt er auf jeden Fall rein und bringt da auf jeden Fall nochmal eine krasse Steigerung in der Qualität der Bälle mit. Wie gesagt, wird er ihnen auf jeden Fall behilflich sein, aber er kann eben auch nicht mehr jedes Spiel machen. Das hat man vor allem letztes Jahr gesehen. Er war zwar wichtiger Bestandteil der Mannschaft, aber konnte nicht mehr wirklich über alle Spiele und die ganzen Minuten gehen. Also er hatte letzte Saison in der Serie A 16 Spiele gemacht, davon 9 in der Startelf. Dafür aber in der Champions League alle 6 Spiele in der Gruppenphase gemacht. Da ist man ja dann ausgeschieden. Und in 5 davon stand er in der Startelf, also er hat definitiv noch die Qualität, gerade für die großen und wichtigen Spiele, aber wird jetzt nicht jedes einzelne Spiel über die volle Distanz gehen können. Aber das muss er auch nicht unbedingt. Er gilt da einfach als gute Ergänzung, auch für die Kaderbreite. Wird aber, denke ich, in den wichtigen Spielen vor allem mit seiner Erfahrung zum Einsatz kommen, gerade in der Champions League. Was so ein bisschen schade ist für die Spieler, die sie da hingebracht haben. Aber ganz ehrlich, das ist einfach die Philosophie von Union, dass man immer bessere Spieler holt, die besser reinpassen. Und man hat ja immer in seiner Entwicklung so erfahrene Unterschiedsspieler geholt. Erst war es ein Bundesliga-erfahrener Gentner, dann war es ein Max Kruse, der geholfen hat, sich europäisch zu qualifizieren. Und jetzt kommt ein Champions League erfahrener Bonucci, um ihnen da weiter zu helfen. Wo genau er zum Einsatz kommen wird, ist noch so ein bisschen was, was ich mich selbst frage. Ich gehe mal davon aus zentral in der Dreierkette, könnte ihn mir aber auch auf den äußeren Innenverteidigerpositionen vorstellen. Auch wenn es mit dem Tempo da so ein bisschen schwierig wird. Daher denke ich mal eher, dass wir ihn zentral sehen werden und Knoche raussortiert. Aber das müssen wir einfach mal schauen. Ich denke, die Zukunft wird es auf jeden Fall zeigen, auch wenn Knoche halt auch ein extrem wichtiger Spieler ist. Um bei Bonucci zu bleiben, er ist auch extrem torgefährlich, wie man sehen kann. Extrem gut mit dem Kopf, aber auch so bei Standards immer vorne dabei. Und genau das hat Union ja ohnehin schon. Und so wird man da eigentlich noch gefährlicher, falls es überhaupt noch möglich ist. Aber ich denke, er wird das ein oder andere Tor machen. Letztendlich unterstreicht das Ganze einfach die Attraktivität von Union. Man hat zum einen den sportlichen Aspekt mit dem Champions League Fußball. Zum anderen aber auch eine krasse Stadt mit Berlin, die einfach auch Spieler ansieht. Hat man ja auch schon bei anderen Transfers gesehen. Und nun ist halt eben Bonucci der nächste Topstar, der im Normalfall jetzt unterschreiben sollte. Es sei denn, er kennt den Unterschied zwischen Brutto und Netto nicht. Grüße an Isco. Aber das war soweit von meiner Analyse zu Bonucci. Lasst mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.